so leute herzlich willkommen hier zu einer vollen lucky race mit der einzig wahren unglaublichen schütze und jetzt ganz am anfang noch mal eine ganz kurze kleine info so ein bisschen werbung jungs und mädels schaut doch mal bei skyzone beziehungsweise catzone vorbei ultra geiles projekt skyblock modpack mit katze mir und ganz vielen anderen ist auf jeden fall interessant echt empfehlenswert und jetzt würde ich sagen gibt es gehen wir in unsere hölchen rein bist du game mode 1 0 ja wir haben jetzt ein water infinity lucky race genau also ich zähl runter drei zwei wir dürfen hier übrigens jetzt flugboots benutzen oder also hier beim race um schnell hinzukommen ja ja das ist ein bisschen glück und sohn ja nach aber das match ist halt die frage das war ich das tnt war ich war ein lucky block der hieß tnt in der battle den ball alter oh gott ok let's go oh ich werde jetzt den winter mit dem schneeball attack er geht halt lieber auf dich als auf mich genau ist ich habe mir meine oh mein gott ganz schön ich habe mir mein clay nicht gegeben oh ja das ist natürlich schade game mode 0 hast du es auch vergessen oder was nö ich habe sie ja ich bin eine feine katze weißt du ich bin eine feine katze einer zwei einer einer oh das will ich nicht benutzen das zeug was ich habe teleport boots könnten mich als ende teleportieren aber dann könnte ich musste ich trotzdem wieder alles aufmachen oh mein gott und da sind die flight boots wow und jetzt findet ihr lucky boots direkt hinterher oh das ist natürlich ziemlich gefährlich mit den zombies das ist natürlich ziemlich gefährlich mit den zombies ich habe hier gerade sehr viel scheiß ich habe hier gerade sehr viel scheiß also ich muss im zeug loswerden oh das ist natürlich ziemlich gefährlich mit den zombies das war ich gar nicht die sind bei dir mit rüber gespawnt das gute ist ich kann meine jetzt runter kiten ja ja witzig alter witzig witzig wie hier kann ich erstmal ein bisschen inventar leeren weiter geht es hei ei 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 alter das wird kein lustiges battle glaube ich wieso nein was lol er wurde geslayt ich wurde einfach gewonnen hinter von dem wieg man verdient hast auf jeden fall als ich hatte ich im fokus holy crap das ich hatte ich einfach im fokus ich finde das viel toll das heißt ich nein das war ich aber du hast es mit abgekriegt ich habe mich selber runtergeballert mit meiner bombe weil dieses mich attackiert hat das ist halt ultra op alter ich krieg hier nur dreck cockies was cockies leute falls wir mal kaputt gehen sollten unsere boots irgendwie kaputt gehen sollten haben wir eine neue halter im maul so unbreaking unbreakable sind die wo ist der withermann ich sehe den nicht der ist über mir wenn ich den schlachte krieg ich ein netter star illuminati in coming ich krieg den nicht da aber ich habe mir weit genug hochgekaltet dass er mir nicht nachlaufen wird dass wir nur nicht sterben jetzt kommt schon ich habe in dem moment den notch apple intus gehabt deswegen hat das wie ich mich umgebracht das komplett die komplette labe hat mich einfach nicht getötet weil ich in dem moment der notch apple intus hatte geil geil auf jeden fall das ist voll unhöflich von den zombies hier rum zu fliegen und mich zu töten fast ich bin halt wizard mann alter das ist der übelste abfuck für dich was ja was hier jetzt gerade abgeht ich kann über die sachen die ich gespawnt habe einfach drüber fliegen aber die ganzen sachen machen dich halt kaputt wenn du kein flyboot hast ja du flyboot du musst übrigens alle lucky blocks abbauen auch die die spawnen ist der klar seit wann seit immer noch nie machen müssen wo habe ich welche übersehen jetzt jetzt wieder tieten hier wo habe ich denn welche übersehen ganz am anfang sind voll viele das sind keine lucky blocks du baum das sind diese blocks die gespawnt werden du lappen halt der maul alter du cheater drei hat man frei oder okay ein habe ich verloren schade die brauchen wir nicht die brauchen wir nicht er ist trotzdem cool aber nein brauchen wir nicht die brauchen wir auch nicht die brauche ich auch nicht die hier bräuchte ich eventuell eventuell also leute ich würde mal sagen wir beenden das hier safe aber ich will noch ein paar aufmachen wir haben wir haben wieder ich mag unseren knochen unser knochen ist toll das war aber neulich auch schon ich hatte ich hatte neulich auch mit early in race hatte das race gewonnen haus hoch und er hat mich trotzdem wegen irgendeinem riesigen back den ich nicht verstanden habe gefickt das heißt mit dem back er seine rüstung ging durch die breaker portion nicht kaputt obwohl meine kaputt ging ok deswegen das habe ich nicht verstanden damals die ok nein 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 oh gott oh gott das ist ultra knapp sind durch die worte rüstung leider nicht Das ist das, was uns noch fehlt Ich rieche gar nichts, man In Lucky Race habe ich immer kein Glück Alles uncool, man So, gibt es nicht Jetzt können wir hier mal Noch ein Block Nein, der letzte ist der Ender Dragon Letzte Block bei Ender Dragon Ja, geil, bitte lass mir noch ein paar Hä, warum sollte ich das machen? Drei Zwei Eins, ganze Sprich drüber Ende Ja, Ende Wow, egal, die darf ich jetzt noch aufmachen Kannst du ruhig machen, ich mache jetzt mal eine da vorne Dann wären das gleich die auf Wir haben jetzt sowieso nicht so viel Zeit Als ob Nein Mein Leben Aua Er macht halt noch irgendeinen auf Und kriegt jetzt übrigens das OP-Zeug raus Ja, ich bin sicher Nice Oh mein Gott Endlack Endlack Hammermäßig Bin ich halt so gar nicht mit einverstanden Dass du Lack hast Jetzt in dem Moment Was? Nein, das Schwe- Das Schwein hat den Ende Hm, was? Maa So, wir dürfen sowieso nicht fliegen Also nehmen wir das hier Und hoffen mal Dass wir eine Menge Schaden abhalten können damit Ja, die Sache ist jetzt halt einfach die Ich hab Ja Slash DM Ach Gottchen, ich hab nix Nix Ich hab ein gutes Schwert, mannet Ja, das ist aber das, was mir fehlt Ein gutes Schwert Ja, ich hab keine gute Rüstung Slash Spawn Korin Ei, 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 ei Fuck that Oh man Könnt ihr mir noch was machen? Nein, du darfst erst Hier in der Arena darfst du erst craften, wenn es angefangen hat Was? Du darfst ja erst Holz Du darfst erst Holz abbauen, wenn es angefangen hat Du darfst erst Holz abbauen, wenn es angefangen hat Du bist ein Lappen, Alter Du haust mich einfach Ja, gut Ja, wer sagt es, ne? War schon immer so Das kannst du mir jetzt nicht erzählen Wo ist denn mein Spawnpunkt? Ich mach einfach Kill, dann weißt du Ich sag wohl Will ich Kill machen? Zilla Ne, ich will nicht Kill machen So Ich hab einen Punkt Bist du soweit? Warte 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 Ja Ja Ich Naja Scheiß, brauche Ja, bin soweit Okay Let's it go Ja, let's go Drei Zwei Eins Go Wo ist er hingeflogen? Die Sau Ich bin halt echt Out of Map geflogen wegen dir Ja Erster Tod Eins, neun Aber Aua 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 Wow Wow Komm her Wow Alter, wie ist das lag? Wie ist das lag? Alter, warum lag bei dir so? Oder ist das mein Schwert? Ich glaube, das ist mein Schwert. Nein! Wie wandelst du mich denn? Mit dem Schwert. 2-0 für mich. Wunderschön. Komm, auf geht's. Wo ist er denn? Wir haben halt keine gute Arme, Mann. Tick, tick, tick. Ja, ich auch nicht. Wow! Da ist der Automat. Du? Ja. Nice. Okay. Boah, wie ich dich erwischt hab, Alter. Au. What the fuck, wie erwischt ich dich? Das ist sehr unhöflich von dir, Mann. Ey, ich weiß nicht, was hier so die Frame-Einbrüche... Also ich denke mal, der ganze Brand da oben von den Bäumen. Das kann stundenlang so weitergehen, ne? Nein, kannst du nicht, Mann. Ich lande eh im Wasser, ich lande im Wasser, ich lande nicht im Wasser. Aua. Du hast wenigstens mal ein bisschen Damage bekommen, Mann. Hier, ins Wasser hättest du gemusst. Wow, shit. Ja, ja, ja. Oh, schisse. Nein! Ja! Er one-hitted mich halt jedes Mal, Alter! Wie viel Schaden mach ich dir mit dem Scheiß-Ding denn? Weil, ja, guck mal. Nett viel. Gar nicht. Oh, Mann, ey. Wäre wahrscheinlich das hier wieder die bessere gewesen. Was? Na hier. Sag mal. Nee, gar nicht, Alter. Was ist denn? Oh, ich hätte ihn essen können. Nein! Ey, mach mal. Ja, jetzt war der... Ich hätte den... Das war mit bloßer Hand! Ich hätte den einfach essen müssen! Ich wusste nicht, was das war. Das war die Zacharius-Star. Ich kann dich einfach mit der Hand one-hitten. Ist richtig, Leute! Ja, aber das ist zum Beispiel wieder ein guter Fall von Filmen, was wir in der letzten Folge angesprochen haben. Ich habe keine Ahnung, dass der das kann. Jetzt weiß ich es! Wenn es von euch einer in die Kommentare geschrieben hätte, in einem normalen Deutsch, hätte ich es wahrscheinlich auch gewusst dann. Aber, wichtig, ich kann es nicht wissen, weil ich bin Katze als Maul. Ich kann es nicht wissen als Maul. Ah! Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, schaut bei Katze vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.